Im westlichen Teil Kleinasiens, in der Nähe des Hellesponds, lag die große und mächtige Stadt Troja. Ilos, ein Sohn von König Tros, der als ein Spross des Dardanos aus dem Geschlechte des Zeus stammte, soll sie erbaut haben. Sie erhielt ihren Namen nach König Tros, und die Landschaft ringsum, die zu Phrygien gehörte, hieß die Troas. Angeblich soll der Ort, wo die Stadt erbaut worden war, zuvor der Hügel der Fehler geheißen haben. Eines Tages nämlich geriet Zeus über ein eigenes Verschulden in so unbeherrschten Zorn, dass er Athe die Göttin der Verfehlungen vom Olymp auf die Erde hinabwarf. Deinetwegen mache ich mich vor den Göttern und Menschen lächerlich, tobte er, Indem du auch mich, den höchsten Gott, Fehler begehen lässt. Deine Schuld ist es, dass es Prometheus seinerzeit auf dem Berge Mekone gelungen ist, mich zu täuschen. Aber ab heute darfst du deinen Fuß nie mehr in den Olymp setzen. Ab heute werden nur noch die Sterblichen Fehler begehen. Zornig stieß er sie hinab. Und sie fiel gerade auf den Hügel, auf dem später die Stadt Troja erbaut wurde. In ihrem Ärger verfluchte die Göttin diesen Ort, dass er den Menschen zwar gut gefalle, ihnen aber großes Unglück bringe. Der Hügel war landschaftlich sehr schön gelegen. Im Osten erstreckte er sich bis zum Abhang des Berges Ida und gegen Westen fiel er sanft zum Meer hinab. In dieser Gegend also beschloss Ilos, eine Festung zu erbauen. Er brachte den Göttern Opfer dar und bat sie um ein Zeichen, ob ihnen seine Absicht genehm sei. Als Antwort soll eine geheimnisvolle Statue vom Himmel gefallen sein, die die Göttin Athene darstellte. »Pallas Athene wird diese Stadt also unter ihren besonderen Schutz stellen«, überlegte König Ilos. Und als man mit dem Bau der Festung begann, ließ er vor allem einen Tempel errichten, in dem die Statue, Palladion genannt, einen Ehrenplatz erhielt. Das aber war der erste Fehler, wie sich viel später zeigen sollte. Jahre gingen ins Land und als Ilos starb, folgte ihm sein Sohn Laomedon auf den Thron. Laomedon war ein grausamer, wortbrüchiger König. Habgierig und gewalttätig, wie er war, suchte er überall seine Untertanen, um ihren gerechten Lohn zu betrügen. Zum Schutze seiner zusammengerafften Schätze wollte er Troja mit besonders festen Mauern umgeben. Dazu benötigte er viele Bauarbeiter. Zu jener Zeit hatten sich im Olymp mehrere Götter gegen Zeus empört. Sie wollten den Beherrscher des Olympus mit Ledern in Riemen fesseln und in den Tartarus werfen. Aber Thetis, die schöne Nereide, hinterbrachte dem Göttervater diesen Anschlag und er bestrafte die aufsässigen Olympia mit aller Strenge. Am härtesten wurden Poseidon und Apollon getroffen. Sie mussten sich wie Sterbliche verdingen und in harter Frohn am Bau der Stadtmauern von Troja mithelfen. Aber als die Mauern standen, jagte sie Laomedon beide fort, ohne ihnen den versprochenen Lohn für die Arbeit zu zahlen. Auch dem Helden Herakles gegenüber wurde Laomedon wortbrüchig. Solche Verfehlungen brachten ihn bald um den Thron. Es brach ein schwerer Krieg aus, in dem die meisten seiner Söhne den Tod fanden. Ein einziger, der Jüngste, blieb am Leben. Er hieß Podarkes und bekam später den Namen Priamos. Nun herrschte König Priamos in Troja, nachdem er eine anmutige, mildherzige Königstochter zur Frau genommen hatte, Hekabe, die er von ganzem Herzen liebte. Priamos hatte 50 Söhne, alles stattliche Helden und viele anmutige Töchter. Vor der Geburt eines ihrer Söhne hatte Hekabe einen schrecklichen Traum. Ihr träumte, sie gebäre kein Kind, sondern eine lodernde Fackel. Die Flamme dieser Fackel griff immer weiter um sich und setzte schließlich die ganze Stadt in Flammen, bis nur noch Asche von ihr zurückblieb. Als Priamos von diesem Traum hörte, ließ er sogleich die Priester zu sich kommen. Diese rieten ihm, das Kind, sobald es geboren sei, im Gebirge auszusetzen, wie man es seit Alters her mit unerwünschten Kindern tat. Die wilden Tiere würden den Ausgesetzten töten, ohne dass sich der Vater die Hände mit Blut beflecken müsse. Priamos befolgte den Rat seiner Priester und übergab seinen Sohn sofort nach der Geburt einem Hirten, der ihn auf dem Gipfel des Berges Ida aussetzte. Als ihn aber nach vier oder fünf Tagen sein Weg wieder dort vorbeiführte, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Das Kind lebte noch und wurde von einer Bärin gesäugt. Da nahm der Hirte den Säugling mit in seine Hütte und zog ihn dort insgeheim auf. Als der Knabe herangewachsen war, wurde er Hirte wie sein Pflegevater und trat in Priamos Dienste. Wie alle anderen Hirten trieb er Tag für Tag die Herden auf die Wiesen und wusste nicht, dass er der Sohn des Mannes war, dessen Vieh er auf dem Berge Ida hütete. Der Sohn des Priamos tat sich besonders durch seine Körperstärke hervor. Er war immer der Erste, wenn es galt, die Herden gegen Räuber und Raubtiere zu beschützen. Deshalb nannten ihn die Hirten Alexandros, den Männerbeschützer. Viele Jahre waren nun schon vergangen, seit Priamos seinen unerwünschten Sohn auf dem Berge Ida ausgesetzt hatte. Da ließ er zum Andenken an den Ausgesetzten, wie es der Brauch der Väter verlangte, ein Fest feiern. Es wurden also in Troja großartige Opfer dargebracht und Spiele mit Wettkämpfen veranstaltet. Als erster Siegespreis war der größte Stier aus den Herden des Priamos ausgesetzt. Diesen Stier aber hatte Alexandros aufgezogen und er hing sehr an dem schönen Tier. Daher beschloss der Jüngling, an den Wettkämpfen teilzunehmen und den Stier zurückzugewinnen. Und es gelang ihm auch. Durch seine Tapferkeit und Geschicklichkeit besiegte Alexandros alle seine Gegner und gewann den Siegespreis. Jubelnd wurde der junge Sieger gefeiert. Da fragte ihn Priamos, woher er komme, wer sein Vater sei und wie er heiße. Ein Wort ergab das andere und schließlich erkannte Priamos in Alexandros seinen ausgesetzten Sohn. Da war seine Freude groß, einen so tapferen Sohn zu haben. Er vergaß die schlimmen Vorbedeutungen des Traumes und nahm Alexandros in Ehren bei sich auf. Und von da an nannte man ihn nicht mehr Alexandros, sondern Paris. Während sich dies alles in Troja zutrug, feierten die Götter in der Höhle des Kentauren Cheron die Hochzeit der Göttin Thetis mit Peleus, dem König von Thessalien. Sowohl Zeus als auch Poseidon hatten um die Gunst der schönen Nereide geworben. Aber Prometheus hatte ihnen vorausgesagt, die Göttin werde einen Sohn zur Welt bringen, der seinen Vater an Mut und Kraft übertreffen werde. Doch dieser Gefahr wollten sich beide Götter nicht aussetzen. Vor allem Zeus lebte in ständiger Furcht, seine Söhne könnten ihn eines Tages ebenso stürzen, wie er es mit Kronos, seinem Vater, getan hatte. Und so hatte er schweren Herzens auf die schöne Thetis verzichtet und ihr Peleus, einen Sterblichen, zum Gemahle bestimmt. Das Hochzeitsfest war in vollem Gange. Die Götter sangen und tanzten, Apollon spielte auf der Leier und Dionysos schenkte reichlich Wein aus. Alle lachten und waren so ausgelassen, dass gar die Erde, das Meer und der Himmel erbebten. Nur eine Göttin nahm an der allgemeinen Freude keinen Anteil. Er riss, die Beschützerin von Zwietracht, Zank und Streit in der Welt. Diese Göttin stand also verdrießlich am Eingang der Höhle und blickte voller Hass auf die fröhliche Gesellschaft. Sie hatte man als Einzige nicht zum Gelage eingeladen, damit kein Streit ausbreche, sondern Friede und Eintracht unter den Gästen herrsche. Nun gedachte die Ausgestoßene, den Anwesenden das Fest zu verleiden. Plötzlich kam ihr ein Gedanke und sie lächelte unheilvoll. Sie schwang sich auf einen Drachen und flog in das Land der Hesperiden. Dort pflückte sie einen goldenen Apfel, den allerschönsten, den sie finden konnte, und schrieb mit flammender Goldschrift darauf, der schönsten. Dann kehrte sie zu Cherons Höhle zurück und warf den Apfel mitten unter die Göttinnen, die sich gerade im Reigen drehten. Kaum hatten die Göttinnen den Apfel mit der ehrenden Inschrift entdeckt, als auch schon eine jede rief, »Mein ist der Apfel! Gebt ihn her, denn ich bin die Schönste!« Drei unter ihnen waren es vor allem, die den Rang der Schönsten beanspruchten. Hera, Athene und Aphrodite. Alle anderen wichen schließlich vor den drei großen Göttinnen zurück. Doch wer sollte die Entscheidung fällen? Keine der Göttinnen wollte nachgeben. Fortwährend forderten sie die Gäste auf, doch nun endlich zu sagen, wer von ihnen die Schönste sei. Aber die Götter waren vorsichtig. Entschieden sie sich für Hera oder Athene, so zirnte Aphrodite. Wählten sie aber Aphrodite, so reizte das bestimmt den Zorn von Hera und Athene. Auch Zeus wich einer Entscheidung aus. »Ein einziger Mensch ist imstande, diesen Streit zu schlichten,« sagte er schließlich. »Wer ist es? riefen die drei neugierig. Pares, der Königssohn aus Trojan, der jetzt gerade auf dem Berge Ida anzutreffen ist. Er ist eben dabei, die Herden seines Vaters zu besichtigen, die er früher als Hirte gehütet hat. »So wollen wir uns unverzüglich dahin aufmachen,« entschied Hera. »Hermes wird euch begleiten,« stimmte Zeus zu. »Hermes, mach dich auf den Weg zum Ida und führe die Göttinnen zu Pares. Der Jüngling soll unbedingt sein Urteil in dem Schönheitswettstreit fällen.« Hermes antwortete ihm, »Du kannst beruhigt sein.« »Ich werde deinen Auftrag genaustens ausführen.« »Noch heute soll Pares deinem Gebot nachkommen.« Und da die Hochzeit ohnehin gestört war, wandte sich Hermes an die Göttinnen. »Kommt gleich mit mir. Ich führe euch zu eurem Schiedsrichter, dem Sohn des trojanischen Königs. Er wird unter euch die schönste auswählen.« Und Hermes bestieg mit den Göttinnen eine goldene Wolke, die durch die Lüfte davon schwebte und im nächsten Augenblick schon auf dem Gipfel des Berges Ida war. Seinen Gedanken hingegeben saß Pares unter einem Baum und dachte an die Zeit, da er selbst noch Hirte war. Der Himmel begann sich schon im Osten zu röten. Das Gebrüll der Rinder, die zur Weide zogen, erfüllte den anbrechenden Morgen. Im weichen Gras funkelten die Tautropfen wie Diamanten. Plötzlich standen die drei Göttinnen mit Hermes vor dem Jüngling und der Götterbote sprach. »Paris, Zeus befiehlt dir, zu entscheiden, wer von diesen Göttinnen die schönste ist. Die weise Athene, die holde Aphrodite, die Göttin der Liebe, oder die stolze Hera, die Gemahlin des Zeus. Der schönsten sollst du den Apfel reichen, den ich hier in der Hand halte.« Vor solch eine schwere Entscheidung gestellt, zog es Pares vor, das Weite zu suchen. Aber Hermes hielt ihn an der Schulter fest und redete auf ihn ein, damit er sich dem Willen des Olympias fügte. Da zeigten sich die Göttinnen Pares in ihrer ganzen Schönheit. Darüber hinaus versprach ihm eine jede fürstlichen Lohn, wenn er sie zur schönsten wähle. Hera versprach ihm, dass er König von ganz Asien würde. Pallas Athene verhieß ihm glanzvolle Siege in vielen Schlachten und unübertreffliche Weisheit. Aphrodite aber versprach ihm die schönste Frau der Welt zur Gemahlin. Da besann sich Pares nicht lange. Leichten Herzens verzichtete er auf Macht und Weisheit. Er entschied sich für die Freuden der Liebe und beging einen Fehler. »Aphrodite ist die Schönste«, sagte er zu Hermes, nahm den Apfel der Zwietracht und reichte ihn der Göttin der Liebe. Da wandten ihm Hera und Athene zürnend den Rücken und schworen diese Beleidigung nicht nur an Pares, sondern an der ganzen Stadt Troja zu rächen. Aphrodite riet Pares, nach Sparta zu fahren, wo Menelaus, der Mann der schönen Helena, regierte. Dessen Gemahlin solle er entführen, denn eben Helena sei die schönste Frau der Welt, die sie ihm versprochen habe. Pares lebte von nun an nur noch in Gedanken an die schöne Helena. Kaum konnte er seine Ungeduld bezwingen, sie endlich für sich zu gewinnen, doch die Zeit verstrich. Erst nach Jahren konnte er ein Schiff ausrüsten und nach Sparta aufbrechen. Nach einer langen und beschwerlichen Seefahrt kam er mit seinem kleinen Gefolge in Sparta an. König Menelaus empfing sie herzlich, wie alte Freunde. Aber nach wenigen Tagen schon musste er die Stadt verlassen, um die Insel Kreta aufzusuchen. Deshalb bat er seine Gemahlin Helena, während seiner Abwesenheit nach den Gästen zu sehen. Kaum hatte Menelaus seine Reise angetreten, als Aphrodite in einem von Tauben gezogenen Wagen durch die Lüfte herabgeflogen kam. Ihr folgte Eros, der kleine, tückische Liebesgott, auf seinen goldenen Schwingen. Die Göttin trat zu Helena, legte ihr den Arm um die Schultern und pries ihr die Vorzüge des schönen Fremdlings mit beräten Worten. Durch einen Zauber machte sie Pares noch schöner und begehrenswerter, als er in Wirklichkeit war. Eros aber zielte mit einem seiner vergifteten Pfeile in das Herz von Helena, so dass sie in heftiger Liebe zu Pares entbrannte. Sie vergaß alles andere, Gemahl, Freunde und ihre Heimat, und folgte dem Fremdling nach Troja. Als Menelaus nach Sparta zurückkehrte, fand er seine Gemahle nicht mehr vor. Seine Ratgeber berichteten ihm, was vorgefallen war. Vor Schmerz und Trauer war Menelaus zuerst nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Doch bald hatte er sich wieder in der Gewalt, und von Hera aufgestachelt, machte er sich auf den Weg zu seinem Bruder Agamemnon, dem König von Mykene. Sie zogen auch den greisen Nestor zu Rate, den weisen König von Pilos. Nestor erinnerte die beiden Brüder noch einmal daran, dass Helena schon als junges Mädchen der Anlass für einen Krieg gewesen war. Sie war mit zwölf Jahren von dem Helden Theseus geraubt worden, und ihre beiden Brüder, Kastor und Polydeukes, mussten ihretwegen Athen bekriegen, um sie zu befreien und ins Elternhaus zurückzubringen. Als Helena nun ins heiratsfähige Alter gekommen war, ließ ihr Vater, Tindareus, der König von Sparta, in ganz Hellas verkünden, dass er für seine Tochter einen Gemahl suche, der zugleich auch sein Nachfolger auf dem spartanischen Thron sein solle. Da stellten sich nicht nur ein, zwei Bewerber ein, sondern an die neunzig Freier fanden sich in Sparta ein. Mächtige, reiche und kluge Männer waren darunter. Ein jeder wollte die Königstochter für sich gewinnen. Tindareus aber zögerte die Entscheidung hinaus, denn er befürchtete mit Recht, dass die Abgewiesenen sich rächen und einen Streit anfangen könnten. Da riet ihm Odysseus, alle Freier schwören zu lassen, den einmal Erwählten gegen jeden, der ihm sein Glück neide oder ihm seine Frau entführen wolle, zu verteidigen. Alle Freier legten den geforderten Schwur ab und schließlich entschied sich der König für Menelaus. Die Hochzeit wurde mit großer Pracht gefeiert und dann fuhren alle anderen Freier in ihre Heimat zurück. Der abgelegte Schwur aber hatte seine Gültigkeit behalten. Nun ist die Zeit gekommen, den Schwur einzulösen, sagte der weise Nestor. Denn Menelaus wurde sein Weib entführt. Alle, die damals geschworen haben, müssen dem Beraubten beistehen. Zuerst aber riet Nestor, eine Versöhnung mit dem Entführer anzustreben. Menelaus solle von Priamus die Herausgabe Helenas sowie des gleichzeitig geraubten Schatzes fordern. Als aber Menelaus diese Forderung in Troja überbringen ließ, widersetzte sich Paris dem Ansinnen. Helena ist meine Gemahlin, sagte er trotzig. Für alle Schätze der Welt gebe ich sie nicht her und sollte es deswegen zu einem Krieg kommen. Als Menelaus diese Antwort vernahm, rief er alle hellenischen Könige zu Hilfe, um seine Gemahlin wieder zu gewinnen. So hatte der Apfel der Göttin Eris nicht nur Zwietracht unter die Göttinnen getragen, sondern wurde nun auch noch der Anlass zu einem sinnlosen Blutvergießen unter den Völkern. Es brach ein grausamer Krieg aus. Sieger und Besiegte sollten gleichermaßen Leid tragen und viele Männer, Frauen und Kinder sollten einen furchtbaren Tod finden. Menelaus und Agamemnon, die beiden Söhne des Atreus, auch die Atriden genannt, ließen durch Herolde in ganz Griechenland verkünden, dass sich alle ehemaligen Freier der Helena mit ihrer Streitmacht in der Hafenstadt Aulis einzufinden hätten. Nach der Insel Ithaka, wo der kluge Odysseus herrschte, machte sich Palamedes, der Sohn des Naopleos, als Bote auf den Weg. Auf die Teilnahme des Odysseus können wir unter keinen Umständen verzichten, hatte Agamemnon gesagt. Er ist schlau und findig und wird uns mit seinen Ratschlägen nützlich sein. Er war es ja auch, der dem Tindareus rieb, die Freier schwören zu lassen, dem künftigen Gemahl der Helena in aller Not treu beizustehen. Aber seitdem war viel Zeit vergangen. Odysseus hatte inzwischen die tugendsame Penelope geheiratet und sein Sohn Telemachos war erst wenige Wochen alt. Der Held wollte sein Leben nicht aufs Spiel setzen, nur um einen alten Schwur einzulösen. Als ihn Palamedes nun also zur Einlösung seines Schwures aufforderte, täuschte er Wahnsinn vor. Er spannte ein Pferd und einen Esel zusammen vor dem Pflug und pflügte mit diesem seltsamen Gespann sein Feld. Dabei murmelte er undeutliche Worte vor sich hin, verdrehte die Augen und gab vor, seinen edlen Gast nicht zu kennen. Er beachtete ihn auch gar nicht weiter, sondern fuhr fort, seine Furchen zu ziehen und säte statt des Kornes Salz in die Erde. Palamedes durchschaute ihn aber. Er eilte zum Palast, brachte den kleinen Telemachos herbei und legte ihn mitten auf den Acker. Als Odysseus bemerkte, dass der Pflug bald über das Kind fahren werde und es töten würde, riss er die Tiere am Zügel zurück und sagte zu Palamedes, »Du hast mich durchschaut. Ich wollte nicht mit in die Schlacht ziehen, sondern mit Penelope, meinem jungen Weibe, und mit meinem Sohn in Frieden leben.« Aber da ihn der Schwur band, konnte er sich nicht weigern, an dem Krieg teilzunehmen und er rüstete unverzüglich zum Aufbruch. Lange Zeit sollte die Trennung von seiner schönen Gemahlin und seinem Sohn wehren. Kalkias, der Seher der Griechen, hatte Agamemnon verkündet, dass er Troja nicht werde einnehmen können, wenn sich nicht der junge Held Achilleus am Kriegszuge beteilige. Achilleus war der Sohn der Nereide Thetis und des tessalischen Königs Peleus. Auf ihrer Hochzeit hatte Eris einst den Apfel mit der verderblichen Inschrift unter die Göttinnen geworfen, den Paris dann der Aphrodite zugesprochen hatte. Thetis wusste schon bei der Geburt des Achilleus, dass ihr Sohn zu einem tapferen Helden heranwachsen würde. Möra, das unbeugsame Schicksal, hatte ihn aber ausersehen, im Trojanischen Kriege zu fallen. Dies alles wissend, scheute sich Thetis dennoch nicht, selbst der Möra zu trotzen und zu versuchen, Achilleus dem Geschick, das ihn erwartete, zu entreißen. Um ihn unverletzlich zu machen, salbte sie ihren Sohn mit Ambrosia und härtete ihn danach im Feuer. Eines Nachts stieg sie sogar zu Hades in die Unterwelt hinab und badete das Kind in den Fluten des gefürchteten Flusses Styx. Aber sie hielt ihr Kind beide Male, im Fluss wie auch im Feuer, an derselben Verse fest, ohne daran zu denken, dass diese Stelle dadurch verwundbar blieb. Achilleus' Leib war also bis auf die Verse unverletzlich geworden. Der Held konnte nur besiegt werden, wenn ihn jemand an der ungeschützten Verse traf. Bei Ausbruch des Trojanischen Krieges, seit dem Urteil des Paares waren Jahre vergangen, war Achilleus bereits zum Jüngling herangewachsen. Wie so viele Helden hatte ihn der weise Kentauer Chiron erzogen und ihn die Kunst der Waffenführung gelehrt. Schon als Kind kämpfte Achilleus wie ein Mann und erprobte seine Kraft und seinen Mut an den Raubtieren, die in den Wäldern des Peliongebirges hausten. Im Laufen gar übertraf er noch das schnellste Reh. Er verstand sich aber auch auf das Leierspiel und hatte eine wohlklingende Stimme, mit der er Menschen wie Götter erfreute. Diesen Jüngling also wollten die Arthriden an ihrer Seite wissen, wenn sie den Sturm auf Troja begannen. Und diesmal sandte Agamemnon Odysseus aus, um den Sohn des Peleus und der Nereide Thetis zum Kampfe zu rufen. Als Thetis von dieser Absicht erfuhr, versuchte sie ihren Sohn zu retten. Sie stieg aus dem Meer empor, rief Achilleus zu sich und sagte zu ihm, mach dich unverzüglich auf den Weg nach der Insel Skyros, zu König Likomedes. Dort wirst du Frauenkleider anlegen und dich vor allen Fremden versteckt halten. Du siehst zart und blass aus. Keiner wird dich von den Töchtern des Likomedes unterscheiden können. Achilleus widersetzte sich diesem unmännlichen Ansinnen, aber seine Mutter verlangte Gehorsam. Und da Achilleus sie von ganzem Herzen liebte, fügte er sich schließlich ihrem Willen, um sie nicht zu kränken. König Likomedes erfüllte der Göttin gern ihre Bitte und versteckte den als Mädchen verkleideten Jüngling im Palast unter seinen Töchtern. Mittlerweile suchten die Griechen im Gefolge des Agamemnon vergebens nach Achilleus. Ohne den Seher Kalchas hätten sie ihn nie und nimmer gefunden. Der Seher offenbarte ihnen, dass sich Achilleus in der Obhut des Likomedes befinde. Odysseus machte sich also auf den Weg zu Likomedes. Er übernahm diesen Auftrag nur ungern und gezwungen. Aber da er nun einmal an den Schwur gebunden war, fügte er sich den Befehlen des Agamemnon. Odysseus griff zu einer List. Er verkleidete sich als Händler und ging so auf das Schloss des Königs Likomedes. Die Königstöchter liefen sofort herbei, als der angebliche Händler Ringe mit Edelsteinen, goldene Halsketten, Ohrringe, glitzernde Gürtel und kostbare Gewebe vor ihnen ausbreitete. Unter den feilgebotenen Dingen befanden sich aber auch wie zufällig ein Schild, ein Speer und ein Helm. Odysseus betrachtete sich die Mädchen sehr genau, aber er konnte Achilleus nicht unter ihnen erkennen. Nun pries er laut seine Waren an und die Mädchen stürzten sich auf das Geschmeide und schmückten sich mit den Kostbarkeiten. Nur Achilleus konnte seinen Blick nicht von den funkelnden Waffen wenden. Da begannen die Männer aus dem Gefolge des Odysseus wie vereinbart vor den Toren die Kriegstrompete zu blasen und Waffen gegeneinander zu schlagen. Erschrocken stoben die Mädchen davon in der Meinung ein Feindrücke heran. Achilleus aber ergriff den Speer und eilte zu den Toren bereit den Palast zu verteidigen. Nun hatte er sich selbst verraten und Odysseus sprach zum König Dies ist keine von deinen Töchtern sondern ein Jüngling namens Achilleus. Lass ihn mit uns in den Krieg gegen Troja ziehen wohin Menelaus ruft er soll seine Tapferkeit beweisen es ist ja eine Schande sich in Mädchenkleidern zu verstecken. Du hast recht bekannte der junge Held ich bin Achilleus und ich werde dir folgen. Er riss sich die Schleier vom Haupte legte Männerkleidung an und verließ in voller Rüstung mit Odysseus die Inses Giros Sein Vater Peleus hatte ihm einen Schild und Waffen geschenkt die er selbst von den unsterblichen Göttern bei seiner Hochzeit mit Thetis zum Geschenk erhalten hatte. Der gütige Kentauer Cheron hatte ihm einen wunderkräftigen Speer überlassen und der stürmische Meeresgott Poseidon zwei schneeweiße Rosse. So gerüstet fand sich Achilleus vor den Toren der Hafenstadt Aules ein, wo bereits ganze 1186 Schiffe vor Anker lagen, alle mit Hunderten gut bewaffneter Krieger besetzt. Das Heer war nach Völkerschaften aufgestellt und diese waren wieder in Unterabteilungen unterteilt. Wenn es zur Schlacht kam, pflegten die Könige in den ersten Reihen zu kämpfen. Stolz standen sie in ihren von feurigen Pferden gezogenen Streitwagen. Geharnischt und schwer bewaffnet mit bronzenen, goldverzierten Schilden und hohen Helmen, die lange Pferde mähnen und die Hauer von Ebern als Schmuck trugen, mit Schwertern und langen, scharf geschliffenen Lanzen. Die einfachen Krieger dagegen waren mit Speeren und Schleudern nur leicht bewaffnet und mussten als Fußvolk die strengen Befehle der Könige bedingungslos befolgen. Die vornehmsten Könige des Heeres waren der tapfere Agamemnon und sein Bruder Menelaus, die Atriden, der Greise Nestor, der schlaue Odysseus, der heldenhafte Diomedes, Äjas aus Salamis und Äjas der Locra, Palamedes, Patroklos, Philoktetes und andere. Sie alle aber wurden von Achilleus, dem unvergleichlichen Helden, übertroffen. Die große Flotte lag schon seit Wochen vor Aulis, konnte den Hafen jedoch nicht verlassen. Jedes Mal, wenn die Schiffe die Anker lichteten, brach ein heftiger Sturm los und warf sie alle wieder zurück ans Gestade. Und wenn sich der Sturm auch wieder legte, so blieben doch die günstigen Winde aus und die Flotte musste tatenlos an der Küste von Aulis ausharren. Um die Ursache für diese Verzögerung zu ergründen, befragten die Könige den Seher Calchas. Dieser offenbarte ihnen, dass die Göttin Artemis dem Feldherrn Agamemnon zürne, weil er ein Reh getötet habe, das ihr geweiht war. Wenn sie also günstigen Wind erlangen wollten, so müsste Agamemnon die Göttin versöhnen. Das könne er nur dadurch, dass er ihr seine Tochter Iphigenia zum Opfer darbringe. Lange kämpfte Agamemnon mit sich selber, dann aber fasste er den Entschluss, der Göttin das Opfer zu bringen. Unter dem Vorwand, seine Tochter solle mit Achilleus verheiratet werden, schickte Agamemnon einen Boten an seine Gemahlin Clitamnestra, eine Schwester der Helena, damit sie mit Iphigenia nach Aulis komme. Als das Schiff mit der Königin und ihrer Tochter im Hafen einlief, begrüßte sie Agamemnon nicht einmal. Seine Krieger rissen die Jungfrau von der Seite der Mutter und schleppten sie zum Heiligtum, wo schon alles für das Opfer vorbereitet war. Clitamnestra weinte und klagte vergebens. Der König ließ sich nicht sehen. Das Gebot der Göttin musste schnellstens befolgt werden, damit die Flotte endlich ihre siegreiche Fahrt antreten können. Viele Helden hatten Mitleid mit Iphigenäa und versuchten sie zu retten. Sie aber gebot ihnen Halt und sprach unter Tränen, vergießt nicht vergeblich noch mehr Blut, ich opfere mich freiwillig, damit mein Vater in den Kämpfen, die euch vor Troja erwarten, siegen kann. Und sie legte ihr Haupt auf den Opferalter. Der Priester hob schon die Axt, um das Mädchen zu töten, da erbarmte sich Artemis im letzten Augenblick der unschuldigen Jungfrau. Sie entsann sich, dass Iphigenäa ihr häufig Opfer dargebracht und geschworen hatte, niemals zu heiraten, sondern als Priesterin in ein der Göttin geweihtes Heiligtum einzutreten. Artemis entrückte die Jungfrau in einen Hain des fernen Landes Tauris und machte sie dort in ihrem Tempel zur Priesterin. An ihrer Stelle aber lag plötzlich eine Hinden als Opfertier auf dem Altar, die von dem Priester getötet wurde. Sofort kam günstiger Wind auf und die Flotte konnte endlich die Segel setzen und Gentroas segeln. Auf der Fahrt liefen sie noch manches fremde Gestade an und es kam zu schweren Kämpfen, die sie, wenn auch mit Verlusten, siegreich bestanden. Am schwersten aber traf es sie, dass sie Philoktetes, der den siegreichen Bogen des Herakles besaß, auf Lemnos zurücklassen mussten. Er war dort von einer giftigen Schlange gebissen worden, was ihm schreckliche Schmerzen verursachte. Seine Wunde war so ekelerregend, dass die Gefährten seine Gegenwart nicht mehr ertragen konnten und ihn auf der menschenleeren Insel zurücklesen. Schließlich lief die Flotte die asiatische Küste vor Troja an. Aber keiner wagte es, das Land als erster zu betreten, denn Kachas hatte dem, der seinen Fuß zuerst auf trojanischen Boden setze, den sofortigen Tod prophezeit. Alle standen daher abwartend auf Deck und keiner wollte als erster das Schiff verlassen. Da kam dem schlauen Odysseus ein Gedanke. Er wollte mit gutem Beispiel vorangehen, ohne dabei sein Leben zu gefährden. Er warf seinen Schild an Land und sprang darauf, ohne den Erdboden zu berühren. Als die anderen ihn unversehrt an Land sahen, sprangen sie gleichfalls von Bord. Hektor, der älteste und tapferste Sohn des Königs Priamos, bereitete den Griechen den gebührenden Empfang. Er eilte mit seinem Heer zum Schutze der Küste herbei und schleuderte seinen Speer auf Odysseus. Der aber wich dem Wurf geschickt aus und so bohrte sich der Speer dem Protessilaus in die Brust, der gleich nach Odysseus an Land gesprungen war. Er war der erste Tote im Trojanischen Krieg. Nach und nach erschienen auch die anderen griechischen Könige auf dem Platze und es entbrannte ein heftiger Kampf. Schließlich musste die trojanische Streitmacht weichen und sich in die Festung zurückziehen. Am Ufer des Meeres vor der Stadt schlugen die Griechen ihr Lager auf. Es erstreckte sich mit seinen Tausenden von Zelten weithin an der Küste entlang. In der Mitte ließen sie einen riesigen freien Platz, wo sich das Heer vor dem Zelt König Agamemnons versammeln konnte, wenn der Feldherr zur Beratung rief. Gleich neben dem Zelt des Atriden befand sich das des klugen Odysseus. Er hatte es mit Absicht dort aufgeschlagen, damit ihm auch ja nichts entginge, was sich etwa an Wichtigem ereignen sollte. An den gefährdeten äußeren Flanken des Lagers standen die Zelte des großen Ähers und des tapferen Achilleus. Auch sie hatten sich diesen Ort absichtlich gewählt, um das Lager bewachen zu können. Die der Stadt zugewandte Seite des Lagers wurde von einem tiefen Graben und einem dahinter aufgetürmten Erdwall geschützt. Der blutige Kampf zwischen Griechen und Troern, der ungezählten Menschen Trauer und Leid bringen sollte, nahm seinen Anfang. Es war prophezeit worden, dass die gut befestigte Stadt Troja neun Jahre lang belagert werden müsse, bevor es dem Heere Agamemnon gelingen würde, sie vollständig zu zerstören. Viele Einsichtige auf beiden Seiten forderten während dieser langen Kriegszeit den Kampf zu beenden und zwischen den Feinden eine Einigung herbeizuführen. In Troja hatte Kassandra, König Priamos Tochter, ihren Mitbürgern vorausgesagt, dass die Griechen die Stadt zerstören und alle ihre Bewohner bis auf wenige Ausnahmen töten würden, wenn sie den sinnlosen Kampf nicht rechtzeitig aufgeben. Und im griechischen Lager riet Palamedes den Königen immer wieder, diesen Krieg, der so viele sinnlose Opfer fordere, zu beenden. Aber weder die Troja noch die Griechen hörten auf die Ermahnungen. Im Gegenteil. Odysseus sah nun eine günstige Gelegenheit gekommen, sich an Palamedes zu rächen, der ihn gezwungen hatte, Weib und Kind für so lange Zeit zu verlassen. Und er bezichtigte den Helden des Verrats. Odysseus war ein äußerst gewandter Redner. So gelang es ihm auch, alle Griechen von der Schuld des Palamedes zu überzeugen. Dieser wurde ergriffen und zu einem grausamen Tode verurteilt. Man steinigte ihn. So musste Palamedes dafür büßen, dass er Odysseus und andere Helden in den Krieg gezwungen hatte, obwohl er bald seinen Irrtum einsah und für eine baldige Beendigung des Krieges eintrat. Die Schlachten zwischen Griechen und Troern aber wurden immer heftiger. Als das zehnte Kriegsjahr anbrach, stellte sich Krisis, ein Priester des Apollon, bei Agamemnon ein und forderte die Herausgabe seiner Tochter Kriseis, die von griechischen Kriegern als Beute ins Lager geschleppt worden war. Der Feldherr jagte Krisis unter Beschimpfungen davon. Da flehte der erbitterte Vater zu seinem Gott Apollon, dass er die hochmütigen Achäer bestrafe. Der Gott erhörte die Bitte seines Priesters, spannte den Bogen und schoss mit seinen Pfeilen mitten in Agamemnons Lager hinein. Da brach die Pest unter den Griechen aus und täglich starben Hunderte von Kriegern. Die Seuche wütete schon neun Tage, als der Seher Kalchas den Königen eröffnete, sie werde erst in dem Augenblick aufhören zu wüten, wenn Krisees ihrem Vater zurückgegeben werde. Als Achilleus dies hörte, forderte er Agamemnon auf, Krisees ihrem Vater zurückzusenden und so der Pest ein Ende zu bereiten. Agamemnon aber, ein ganz und gar stolzer König, geriet über diese Aufforderung in maßlosen Zorn und antwortete, wenn mir Apollon das Mädchen wegnimmt und du Achilleus ihm dabei noch behilflich bist, so werde ich mir an Krisees Stelle aus deinem Zelt deine Lieblingssklaven Brisees holen. Vergebens versuchten Nestor und die anderen Könige ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Agamemnon beharrte auf seiner Forderung und nutzte seine Vormachtstellung im Heer aus. Er ließ sich aus dem Zelt des Achilleus dessen liebste Gefangene bringen. Achilleus packte sein Schwert, um den dreisten Räuber zu töten, aber Pallas Athene hinderte ihn daran. Sie stand plötzlich für die anderen unsichtbar vor ihm und redete ihn folgendermaßen an. Ich habe von Hera den Auftrag, dich aus diesem Streit heraus zu halten. Der Tag wird kommen, an dem du selber erkennen wirst, dass du gut daran getan hast, nicht mit Agamemnon zu kämpfen. Dreifachen Lohn wirst du daran für deine Zurückhaltung ernten. Achilleus beugte sich dem Willen der Göttin und ließ das Schwert sinken. Erbittert sagte er dennoch zu den Atriden Einmal wirst du einsehen Agamemnon wie schlecht du daran getan hast einen so tapferen Kämpfer wie mich zu beleidigen. Du selbst ziehst ja nicht mit in die Schlacht. Feige verkriechst du dich hinter deinen Soldaten. Aber das hellenische Heer wird von Hector geschlagen werden. Denn ich meide von nun an die Schlachten. Zu spät wirst du deinen Fehler erkennen und weder Menschen dann helfen können. So sprach Achilleus voller Zorn. Auf einem der Schiffe aber saß hoch oben auf dem höchsten Mast Erres die Göttin der Zwietracht und froh lockte, weil es ihr abermals gelungen war, verderbliche Zwietracht unter den Menschen zu säen. Zornig zog sich Achilleus in sein Zelt zurück. Auch seinen Kriegern verbot er künftig in der Schlacht mitzukämpfen. Währenddessen eilte Thetis, die Mutter des Helden, zum Olymp hinauf. Dort warf sie sich vor Zeus auf die Knie, seufzte tief und erinnerte den Beherrscher der Welt daran, dass sie ihm stets die Treue bewahrt habe. Sie sei es gewesen, die ihm selbst gegen die aufrührerischen Olympia und Hera beigestanden habe, indem sie ihm den Plan der Aufrührer verraten und den Giganten Briareus zu Hilfe geschickt habe. Nun habe sie an Zeus eine Bitte. Er möge das Heer des Königs Priamos stärken, damit es die Griechen vor Troja empfindlich treffe und Agamemnon gezwungen gezwungen sei, sich zu demütigen und ihren Sohn Achilleus zu bitten, wieder am Kriege teilzunehmen. Nur so wird meinem schwer gekränkten Sohn die Ehre und Achtung zuteil, die ihm gebührt, schloss Thetis. Zeus versprach, ihre Bitte zu erfüllen und noch in derselben Nacht schickte er den Traumgott Morpheus zu Agamemnon. Morpheus nahm die Gestalt des Weisen Nestor an und riet Agamemnon im Traume, am nächsten Tage Troja anzugreifen, denn jetzt könne er die Stadt erobern. Er sagte, Hera, die auf eurer Seite steht, ist es gelungen, die Götter Apollon, Ares, Aphrodite, sowie alle anderen, die den Troan freundlich gesonnen sind, zu überreden, die Stadt den Griechen als Beute zu überlassen. Als Agamemnon erwachte, ließ er die Völker sogleich zur Versammlung rufen. Er legte seine kostbarsten Gewänder an, gürtete sich mit seinem reich verzierten Schwert, nahm das Zepter in die Hand und stellte sich stolz vor die versammelte griechische Streitmacht. Meine tapferen Krieger, begann er laut, in der Absicht, sie zu prüfen, ob sie bereit wären zu kämpfen oder die Heimkehr vorzügen. Groß ist die Strafe, die uns der unbarmherzige Zeus auferlegt hat. Seit neun Jahren stehen wir schon hier vor Trojas Mauern im Kampfe und an Sieg ist noch nicht zu denken. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns einschiffen und in unsere schöne Heimat heimkehren. Was meint ihr dazu? Da ereignete sich etwas, was der König am wenigsten erwartet hatte. Heimweh und der Wunsch nach Frieden erfassten alle Krieger. Das ganze Heer kam in Bewegung. Vor Agamemnons Augen wogte es wie ein Weizenfeld auf und ab. Vor Freude laut schreiend liefen die tapferen Krieger zu ihren Schiffen. Sie stürzten sich auf die Stützen, mit denen die Schiffe am Gestade festgehalten wurden. Weithin erschallten ihre Jubelrufe. Wahrscheinlich wären sie alle fortgesegelt, aber im Olymp wachten Hera und Athene über das Heer. Sie wollten sich ihre Rache an Paris nicht nehmen lassen. Sie hatten einst geschworen, das stolze Troja zu vernichten und dieser Schwur war unumstößlich. Rasch sagte daher die Göttin Hera zu Athene. Lauf Athene und gebiete diesem wahnsinnigen Gerenner Einhalt um jeden Preis. Athene schwang sich sofort durch die Lüfte hinunter und erschien dem listigen Odysseus. Edler König, sprach sie ihn an, willst du das schamlose Verbrechen des Paares ungestraft lassen? Willst du eidbrüchig werden? Eile und sammle das Heer, ehe es ganz auseinander stiebt. Wenn du nicht auf mich hörst, wirst du dein Weib Penelope und deinen Sohn niemals wiedersehen. Als Odysseus diese Worte vernahm, lief er eilig zu den Schiffen und es gelang ihm dank seiner Redekunst, die Krieger zum Bleiben zu bewegen und alle wieder auf dem freien Platz vor dem Königszelt zu versammeln. Dort hielt Odysseus, dem die Göttin Athene zur Seite stand, vor dem versammelten Heere eine so zündende Rede, dass sich alle seiner Meinung fügten und beschlossen, nun erst recht auszuharren, bis Troja erobert und Paris bestraft sein würde. Die Schlacht wurde erneut aufgenommen und die gegnerischen Heere prallten aufeinander. Paris, das Schwert gegürtet, Köcher und Bogen auf dem Rücken und in jeder Hand einen Speer, trat hochmütig aus den Reihen des Trojanischen Heeres hervor und forderte Menelaus zum Zweikampf heraus. Als er aber den Helden, Helenas Gatten, auf sich zukommen sah, erschrak er zutiefst und ergriff die Flucht. Hektor, der tapferste unter den Söhnen des Königs Priamos, musste erst eingreifen und ihn wieder in den Kampf mit dem Spartanischen König zurückführen. Als Menelaus den Entführer seiner Gemahlin erblickte, drang er so ungestüm auf ihn ein, dass er ihn bestimmt gefangen genommen hätte, wäre dem bedrängten nicht die Göttin der Liebe Aphrodite selber zu Hilfe geeilt. Denn Menelaus packte während des Kampfes seinen Gegner am funkelnden Helm und schleifte ihn zum Lager der Griechen hin. Aber Aphrodite rettete ihren Schützling, indem sie ihn nach Troja entrückte. Viele einzelne Schlachten wurden noch mit wechselndem Erfolg geschlagen, bis sich der kühne Hektor endlich entschloss, die Belagerer seiner Vaterstadt durch einen verwegenen Angriff ins Meer zu jagen. Vor dieser entscheidenden Schlacht nahm er Abschied von seiner treuen Gemahlin Andromache, von seinem Sohn Astianax und seiner Mutter Hekabe, denn er wusste nicht, ob er zurückkehren oder in das finstere Reich des Hades hinabsteigen werde. Der Kampf begann in den frühen Morgenstunden. Zeus selbst beobachtete vom Gipfel des Berges Ida den Verlauf der Schlacht und schleuderte seinen Blitzstrahl in Agamemdons Lager. Das griechische Heer begann vor Entsetzen panikartig zurückzuweichen. Als Hera die Griechen weichen sah, bat sie Poseidon, den Gott der Meere, ihnen zu Hilfe zu kommen und schickte auch Athene mitten ins Kampfgetümmel. Aber trotz des Beistandes der beiden Götter konnten die Griechen nicht standhalten, denn Zeus verhalf den Troern zum Siege, um den Wunsch der Nereide Tethes zu erfüllen. So drohte den Griechen die völlige Vernichtung und der Tod in den Wellen des Meeres. Ein einziger nur konnte sie noch retten, der tapfere Held Achilleus. Der aber saß vor seinem Zelt, spielte auf der Leier und sah dem Schlachten Getümmel unbeteiligt zu. Nun endlich würden die Griechen ihn bitten, sie vor dem Untergang zu retten. Und in der Tat, sogar Agamemnon sah jetzt ein, dass es ein Fehler gewesen war, Achilleus so zu beleidigen. Augenblicklich sandte er einen Boten zu ihm, mit der Bitte, ihm sein unüberlegtes Handeln nicht länger nachzutragen. Er wolle ihm auch die Brisees, seine Lieblingssklaven, samt zwanzig anderen gefangenen Jungfrauen zurückgeben, sowie kostbare Geschenke hinzufügen. Darüber hinaus trug er ihm die Hand einer seiner Töchter an. Aber Achilleus lehnte das Angebot ab. Der Kampf wurde immer schwerer und blutiger. Sogar Agamemnon wurde am Arm verwundet und musste das Schlachtfeld verlassen. Immer mehr Griechen kamen in der Schlacht um, bis das Heer schließlich von Todesfurcht gepackt vor den Trojanern die Flucht ergriff. Panikartig stürzten die Griechen auf die hölzernen Schiffe zu, die auf den Strand gezogen waren. Eilig bemühten sie sich, die Fahrzeuge ins Wasser zu ziehen. Aber Hektor war schon dabei, die Schiffe in Brand zu stecken. Als die ersten Flammen schon zum Himmel schlugen, trat Patroklos, der beste Freund des Achilleus, vor den Helden und sagte, Achilleus, wenn du schon den Griechen nicht helfen willst, so gib mir wenigstens deine Rüstung und deine Lanze. Lass auch deine Myrmidonen mit mir in den Kampf ziehen. Die Troja werden glauben, du sie erschrecken und von den Schiffen vertreiben. Während die Griechen bei den Schiffen noch um ihr nacktes Leben kämpften, gelang es Patroklos endlich seinen Freund zu überreden, ihm die gewünschten Waffen zu überlassen und die Myrmidonen unter seinen Befehl zu stellen. Mutig warf er sich mit seinen Kriegern in die Schlacht. Aber nach dem Willen des Zeus fand Patroklos Unter großen Mühen gelang es den Achäern wenigstens den leblosen Körper des tapferen Helden zu bergen. Aber die Rüstung des Achilleus, die Patroklos getragen hatte, nahm sich Hector als Kriegsbeute. Als die Kunde vom Tod seines Freundes Achilleus erreichte, wurde es Nacht vor seinen Augen. Er brach in lautes Jammern aus und seine Verzweiflung war so groß, dass sogar seine Mutter in der Tiefe des Meeres davon bewegt wurde. Sie eilte besorgt zu ihm und fragte, warum weinst du so bitterlich mein Sohn? Achilleus erwiderte, Patroklos ist in der Schlacht gefallen. Hector hat ihn getötet und ihm die Rüstung, die mein Vater von den Göttern als Hochzeitsgeschenk erhalten hat, gewaltsam vom Leibe gerissen. Ich will nicht länger mehr leben, wenn es mir nicht gelingt, Patroklos zu rächen und Hector zur Strafe zu erschlagen. Du weißt doch, Achilleus, dass nach Hector auch du vor Trojas Mauern dein Leben lassen musst, wie es dir vorausgesagt ist. Ich fürchte den Tod nicht, antwortete der junge Held. Ich werde meinen Hass gegen Agamemnon begraben, wenn ich nur Hector im Kampfe töten kann. Thetis erkannte, dass sich das Schicksal ihres Sohnes nicht mehr abwenden ließ. Sie bat ihn aber noch so lange mit seiner Rache zu warten, bis ihm der Schmied der Olympischen Götter Hephaestos einen neuen Harnisch, neue Beinschienen und Waffen geschmiedet habe. Achilleus willigte ein, bestieg dann aber doch unbewaffnet den Schutzwall und schrie von dort mit seiner donnernden Stimme in das Kampfgetümmel, das die Troer auf der Stelle im Kampf innehielten und zu ihm hinsahen. Um Achilleus Haupt schwebte eine golden glänzende Wolke, die weithin leuchtete. Von schrecklichen Ahnungen erfüllt, ergriffen die Troer die Flucht und missachteten Hektors Befehl, der sie zum Kampf rief. Mittlerweile war die Nereide Thetis in den Palast des Hephaestors geeilt, der Gott war gerade dabei, drei Füße aus Gold zu schmieden, die mit Rädern ausgestattet waren und sich, ohne von fremder Hand gelenkt zu werden, von allein bewegen konnten. Als er Thetis bitte vernahm, ließ er die begonnene Arbeit ruhen, warf Erz, Zinn, Silber und Gold in große Kessel über dem Feuer, das er mit unzähligen Blasebägen zum Lodern brachte und schmiedete dann auf seinem Amboss einen riesigen starken Schild. Den Himmel mit Sonne, Mond und allen Gestirnen bildete er darauf ab, ferner die Erde mit zwei Städten, die eine voll froh sind bei einem Hochzeitsfest und einem Gelage, die andere im schrecklichen Schlachten getümmel. Weiter konnte man da ein wogendes Weizenfeld sehen, einen Weingarten voll schwarzer Trauben an den Rebstöcken und eine große Schafherde. Sogar einen Reigen, in dem sich frohe Jungfrauen und Jünglinge wiegten, bildete der Gott aus dem Metall. Um das Ganze aber wälzte der Strom des Ozeans seine grünen Wasser. Als Hephaestos diesen wunderbaren Schild vollendet hatte, schmiedete er einen Panzer, der noch heller strahlte als das lodernde Feuer und einen Helm, der den Kopf des Trägers vortrefflich einschloss und mit einem goldenen Harbusch geziert war. Aus feinstem Zinn verfertigte er zuletzt die Beinschienen. Diese einzigartige Rüstung übergab er der Meeresgöttin, damit sie ihren geliebten Sohn damit beschenke. Achilleus legte die Rüstung sogleich an und versöhnte sich mit Agamemnon. Ohne Verzug drängte er zum Kampfe. Der Leichnam des Patroklos wartete noch auf seine Bestattung. Achilleus hatte geschworen, seinen Freund zuvor fürchterlich zu rächen. Nun salbte Thetis den Körper des Toten mit Ambrosia und Nektar, damit er nicht verwese. Die Schlacht tobte von Neuem, doch hatte sich das Bild gewandelt. Die von Achilleus geführten Achaia wüteten Zorn entbrannt unter den Throern. Diese flüchteten zu ihrer Stadt und Trojas Tore öffneten sich weit, um alle Zurückweichenden aufzunehmen und hinter den Mauern Sicherheit zu geben. Allein Hektor, Priamos' unerschrockener Sohn, blieb auf dem Schlachtfeld zurück. Vergebens flehte ihn seine Mutter Hekabe an, in die Festung zu kommen. Vergebens riet ihm auch sein Vater Priamos hinter den Mauern Zuflucht zu suchen. Hektor bestand darauf, sich mit Achilleus im Kampfe zu messen. Doch als er dann den Gegner in strahlender Rüstung siegessicher heranschreiten sah, erschrak er zu Tode und floh. Aber schon bald fasste er Mut, kehrte auf das Schlachtfeld zurück und schlug sich tapfer. Lange wehrte der erbitterte Zweikampf, bis Achilleus seinem Gegner an einer Stelle, die der Harnisch am Halse freiließ, die Lanze in den Leib stoßen konnte. Ehe Hektor sein Leben aushauchte, beschwor er Achilleus, ihn nach dem Tode an seine Eltern auszuliefern. Aber der Achäa war nicht dazu zu bewegen. Er durchbohrte dem Toten mit dem Schwert die Sehnen an den Beinen zwischen Knöchel und Fersen, zog einen Riemen hindurch und band Hektor an seinem Wagen fest. Dann schwang er die Peitsche und die Rosse stoben davon und schleiften den Leichnam um die Mauern von Troja. Hekabe sah es von der Mauer und begann laut zu jammern. Auch Priamos klagte und weinte und alle Troa waren starr vor Entsetzen. Als die Gemahlin Hektors Andromache das laute Klage Geschrei vernahm, eilte sie mit schlimmen Ahnungen zur Mauer. Was sie dann erblickte, raubte ihr fast den Verstand. Sie drückte ihren kleinen Sohn Astianax fest an sich, zerschlug sich vor Schmerz die Stirn an den Steinen der Mauer und schrie dazu, Hektor, nun bin ich ganz verlassen. Deine Witwe und bleiben ohne jeden Schutz zurück. Lass mich dir in das dunkle Reich des Hades folgen, dann hat alle Qual ein Ende. Keiner vermochte Andromache in ihrem Leid zu trösten. Alle hatte großer Schrecken erfasst. Wer sollte jetzt, da Hektor tot war, den Griechen den Zugang zur Stadt verwehren? Achilleus zog den Leichnam Hektors bis in das Lager der Griechen. Auch dort gab er sich nicht zufrieden, sondern band den Toten dreimal am Tage an den Wagen und schleifte ihn durch den Sand. So rächte der Held den Tod seines besten Freundes. Und er hätte Hektors Körper noch weiter verunstaltet, hätte Thetis ihm nicht Einhalt geboten. Inzwischen er versprochen hatte, falls er glücklich heimkehrte und brachte sie dem Toten Freunde als Opfergabe dar. Danach hielten die Griechen zu Ehren des Toten prächtige Kampfspiele ab. In der zwölften Nacht nach Hektors Tode fand sich König Priamos bei dem siegreichen Achäa ein. Zeus hatte ihm Hermes zum schützenden Begleiter mitgegeben. Sie brachten eine Fülle von kostbaren Geschenke als Lösung mit prachtvolle Gewänder und Teppiche, gold und herrlich gearbeitete Dreifüße und einen wunderbaren Kelch, den Priamos einst von den Thrakern geschenkt bekommen hatte. Ungesehen drang Priamos um Mitternacht bis zum Zelt des Achilleus vor, denn der Gott Hermes beschützte ihn. Er trat ein und fiel seinem Gegner, der ihm vor Hektor schon so viele Söhne getötet hatte, zu Füßen, umfing seine Beine mit beiden Armen und flehte ihn demütig unter Tränen an, Hektors Leichnam herauszugeben. Tapferer Achilleus, so sprach er, gedenke deines Vaters, der auch so alt ist wie ich. Vielleicht wird auch er gerade jetzt von Feinden bedrängt, ohne Aussicht auf Hilfe. Hab Mitleid und gewähre mir meine Bitte. Mit diesen Worten rief Priamos in dem Helden die Erinnerung an seinen greisen Vater Peleus wach. Und Achilleus brach vor Rührung in Tränen aus. Tiefes Mitleid erwachte in ihm und er übergab Priamos den Leichnam Hektors und belegte ihm unaufgefordert einen Waffenstillstand von zwölf Tagen zu, damit er seinem Sohn die Totenfeier halten könne. Noch in derselben Nacht kehrte Priamos in die Festung zurück. Ganz Troja versammelte sich an der Bahre Hektors. Alle weinten voller Verzweiflung, denn er war der größte Schutz und die einzige Hoffnung der Troja gewesen. Wie sie ihn so beweinten, klagten sie im Grunde um die Stadt selbst. Denn Troja war seinem Ende schon nahe, als Priamos das Zeichen zum Beginn der Leichenfeier für den tapferen Hektor gab. So bestatteten die Griechen Patroklos mit allen Ehren und die Troja trugen Hektor zu Grabe. Nach dieser Unterbrechung aber wurde der Kampf mit doppelter Heftigkeit fortgesetzt. Der bedrängten Stadt kam ein großes Heer verwegener Amazonen zu Hilfe. Ihre Königin hieß Penthesileia und war eine Tochter des Kriegsgottes Ares. Die Amazonen waren sämtlich beritten und auf ihren Pferden jagten sie mit Windeseile über das Schlachtfeld. Als die kriegerischen Frauen heranstoben, drängten sie die überraschten Griechen bis zu den Schiffen zurück. Aber dort stellte sich ihnen Achilleus entgegen und er jagte sie in die Flucht. Nur die Amazonen Königin wich nicht, sondern warf mit ihrer Lanze nach Achilleus. Doch die Waffe prallte an dem von Hephaestos geschmiedeten Schild ab. Jähzornig stürzte sich Achilleus auf die Angreiferin und stieß ihr den Speer in die Brust. Dann erschlug er auch ihr Ross. Als er nun der Toten den goldenen Helm abnahm, rührte ihn die außerordentliche Schönheit der Königin auf das tiefste und eine heftige Liebe ergriff den Helden. Lange beweinte er sie, die er selbst getötet hatte und beklagte das grausame Schicksal. Hätte er sie doch wieder zum Leben erwecken können. Aber die Reue kam zu spät. Der Schatten der Jungfrau war bereits in das düstere Reich des Hades hinab gestiegen. Der Held konnte ihren erstarrten Körper nur noch den Troen zur Bestattung übergeben. Nach dem Tode Penthesileas kehrte das Heer der Amazonen in die Heimat am Schwarzen Meer zurück. Inzwischen hatte Troja noch weitere Hilfe erhalten. Memnon, der König von Äthiopien, ein Neffe des Priamos, war mit einem großen Heer vor Troja eingetroffen. Achilleus hätte einen Kampf mit Memnon und den Äthiopiern am liebsten vermieden, denn seine Mutter Thetis hatte ihm vorausgesagt, dass er kurze Zeit nach dem Tode des äthiopischen Königs vor Troja sterben werde. Aber da erschlug Memnon den jungen Nach Patroklos war Antilochos dem Achilleus der liebste Gefährte gewesen und nun war auch er im Kampf gefallen. Zorn entbrannt vergaß Achilleus jede Vorsicht und stürzte sich unter die Kämpfenden. Memnon war ein Sohn der Eos, der Göttin der Morgenröte. Er trug wie Achilleus eine gleißende herrliche Rüstung, die gleichfalls von Hephaestos geschmiedet worden war. Als sie sich nun im Kampfe begegneten, glichen sie zwei Göttern, die furchtlos aufeinander zugingen. Memnon packte einen schweren Stein und schleuderte ihn auf Achilleus. Thethes Sohn wankte unter der Wucht des Anpralls, wich aber nicht. Nun erhob er seinen Speer, eilte auf Memnon zu und durchbohrte ihm die Brust. Tod sank der Held zu Boden. Da hüllte sich Eos in eine dunkle Wolke und sandte schnelle Winde zur Erde nieder, die den Toten auf ihre Flügel nahmen und in die ferne Heimat brachten, wo die Mutter ihren Sohn auf das bitterste beweinte. Achilleus wusste nun, dass seine Zeit bald abgelaufen war. Trotzig warf er sich mitten unter die Troa und schlug so fürchterlich um sich, dass es ihm fast gelungen schien ihm Apollon in einem leuchtenden Strahlenkranz. Halt! Nicht weiter! rief der Gott mit Donnerstimme. Du hast schon Ströme von Blut vergossen und mehr Schatten zu Hades in die Unterwelt geschickt als das ganze übrige Heer zusammen. Achilleus aber hörte nicht auf ihn. Unwillig rief er Weg da! Misch dich nicht in diesen Streit ein! Es ist höchste Zeit, dass wir Troa vernichten. Du versuchst die Stadt vergebens zu beschützen! Und Achilleus hob seinen Speer, um ihn gegen Apollon zu schleudern. Diese Verwegenheit sollte den Sohn der Nereide Thetis das Leben kosten. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, machte sich Apollon unsichtbar. Pares, der Sohn des Priamos, hatte von der Mauer der Stadt aus beobachtet, wie Achilleus einen Moment im Laufe einhielt. Er spannte seinen Bogen, legte einen Pfeil auf die Sehne und zielte auf den tapfersten unter den Achäern. Doch Achilleus war ja nur an der Ferse verwundbar, an der ihn seine Mutter gehalten hatte, als sie ihn einstmals als Kind im Feuer härtete und in die Fluten und noch eins kam hinzu. Achilleus konnte an dieser einzig verwundbaren Stelle von keinem Sterblichen verwundet werden. Das war nur einem Gott vorbehalten. Paris hätte seinen Pfeil also vergebens abgeschossen, hätte ihm Apollon nicht beigestanden. Der Gott nämlich, maßlos erzürnt, und dass Achilleus es gewagt hatte, ihn mit dem Speer zu bedrohen, lenkte Paris Pfeil mit tödlichem Hass in die Ferse des Helden. Achilleus verspürte plötzlich einen scharfen, brennenden Schmerz und wusste sofort, dass dies sein Tod war. Aber er legte die Waffe auch jetzt noch nicht aus der Hand. Unsicher ging er weiter vorwärts, schwang seinen Speer und trieb das gegnerische Heer zurück. Du heimtückischer Gott, rief er Apollon entgegen, ich weiß, dass du es bist, der mich tötet, aber nicht im offenen Kampf wagtest du mir entgegen zu treten, nein, hinterrücks hast du mich getroffen, sei deswegen verflucht. Dann zog er sich den langen Pfeil aus der Ferse und brach zusammen. Den trojanischen Kriegern, die in einiger Entfernung seinen Todeskampf verfolgten, schrie er zu, ihr freut euch zu früh meines Todes, selbst wenn ich tot bin, werdet ihr mir nicht entgehen, mein Sohn wird die Stadt, in der ihr euch feige verkriecht, bis auf den Grund zerstören, wie viele Götter euch auch helfen mögen. Dann aber verstummte der Held und sein Schatten stieg in das finstere Reich des Hades hinab. Als die Troer bemerkten, dass Achilleus tot war, kehrten sie eilig auf das Schlachtfeld zurück, um ihm die glänzende, von Hephaestos geschmiedete Rüstung vom Leibe zu reißen. Sie wagten es jedoch nicht, sich dem toten Helden sofort zu nähern, der ihnen zu Lebzeiten so viel Furcht eingeflößt hatte. Dieses Zögern nutzten die anderen Griechen, sie eilten herbei und es entbrannte rings um den Leichnam ein grauenvolles Gemetzel. Am mutigsten kämpften Odysseus und Älias aus Salamis um den Leichnam des Achilleus. Älias nahm ihn auf seine Schultern und trug ihn zu den Schiffen, während Odysseus den Rückzug deckte. Als die beiden mit ihrer traurigen Last das Lager am Ufer des Meeres erreichten, erhob sich ein lautes, noch nie dagewesenes Wehklagen. Die Griechen alle weinten und rauften sich vor Kummer die Haare. Das Klagegeschrei war so laut, dass es bis zu Thetis in die Tiefe des Meeres drang. Laut aufschreiend rief die Unglückliche immer wieder nach ihrem Sohne. Im ganzen weiten Lager war ihre Stimme zu hören. Die Griechen rüsteten nun zu Ehren des Toten zu einer Leichenfeier, wie man bis dahin noch keine gesehen hatte. Unzählige trojanische Gefangene, Jungfrauen und Jünglinge und ganze Herden von Tieren wurden geopfert. Ströme von Wein wurden als Trankopfer für den Toten vergossen. Dann wurde der Leichnam zuoberst auf den hoch aufgetürmten Scheiterhaufen gelegt. Die neuen Musen selber stimmten die Totengesänge an. Die Krieger aber, alle in voller Rüstung, sammelten, nachdem der Scheiterhaufen niedergebrannt war, die Asche des Achilleus in dieselbe Urne, die schon die Asche seines Freundes Patroklos barg. Sie setzten die Urne bei und warfen einen riesigen Grabhügel auf, den sie mit großen Steinen befestigten. Und auf diesem Hügel errichteten sie aus Marmor ein weithin sichtbares Denkmal. Nach den Feierlichkeiten zu Ehren des Toten brach unter den Königen ein Streit um die Rüstung des Achilleus aus. Am heftigsten stritten sich Odysseus und Älias aus Salamis um das kostbare Werk des Hephaestos. Odysseus beanspruchte die Rüstung, weil er den toten Achilleus vor dem Zugriff der Troa verteidigt hatte, Älias aber, weil er den Toten auf seinen Schultern in das Lager der Griechen getragen hatte. Der Streit hätte sich endlos hingezogen, aber da machte ihm König Agamemnon jäh ein Ende, indem er die herrliche Rüstung dem Odysseus zusprach. Älias verfiel vor ohnmächtiger Wut in Wahnsinn und beging Selbstmord. So hatten die Griechen viele ihrer tapfersten Helden verloren. Aber im weiteren Verlaufe des Kampfes vor Troja zählte auch nicht so sehr die Tapferkeit als vielmehr die Schlauheit eines einzelnen Mannes, des listigen Odysseus von Ithaka. Die griechischen Seher sagten voraus, dass Troja erst besiegt werden könne, wenn der junge Sohn des Achilleus Neoptolemos und der Held Philoktetes, der den Bogen des Herakles samt dessen giftigen Pfeilen besaß, am Kampfe teilnehmen. Und so machte sich Odysseus auf, die beiden nach Troja zu holen. Zuerst brach er nach Skyros auf, wo sich Achilleus vor Beginn des Krieges auf Geheiß seiner Mutter als Mädchen verkleidet versteckt hatte. Er hatte sich damals in eine der Töchter des Königs verliebt und sie gebar ihm einen Sohn, Neoptolemus, der mittlerweile zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen war. Obwohl ihn seine Mutter nicht fortlassen wollte, brachte Odysseus den Jüngling dahin, sich mit ihm auf den Weg nach Troja zu machen, um seinen Vater Achilleus zu rächen. Zusammen segelten sie nach der Insel Lemnos, wo der unglückliche Philoktetes vom griechischen Heer zurückgelassen worden war. Der Verstoßene hatte seit seinem Unglück einen tödlichen Hass gegen alle Griechen gefasst, Odysseus verstand es, ihn mit schönen Worten zu besänftigen. Darüber hinaus erschien dem Helden sein Freund Herakles im Traume von Athene der Beschützerin des Odysseus geschickt und befahl ihm, jede Feindschaft zu begraben und mit Odysseus nach Troja zu ziehen. Dort werde er im Feldlager der Griechen Heilung für seine Wunde am Fuß finden. Philoktetes begleitete die beiden Helden also nach Dort traf er auf die Söhne des Asklepios, treffliche Ärzte, die ihm seine heftig schmerzende Wunde tatsächlich heilen konnten. Und da Philoktetes den wunderkräftigen Bogen des Herakles besaß, war es ihm ein leichtes Tausende von Troern zu töten. Unter den Getroffenen befand sich auch Priamos Sohn Pares. Das giftige Blut der lernäischen Schlange, in das die Pfeile getaucht waren, verbreitete sich unter grauenvollen Qualen in seinem Körper. Er verließ die Stadt und seine Gemahlin Helena, die er aus Sparta entführt hatte, und verbarg sich in den Wäldern des Berges Ida, wo er einstmals als einfacher Hirte ein zufriedenes Leben geführt hatte. Dort starb er unter fürchterlichen Schmerzen, von niemandem beweint. Als sich die Kunde vom Tode des Pares verbreitete, begehrten andere Söhne des Priamos die schöne Helena für sich. Obwohl die Feinde nahe vor den Toren der Stadt standen, stritten sie sich unversöhnlich, wem sie als Gemahlin folgen sollte. Schließlich errang Dei Phobos, der Bruder von Pares und Hector, den Sieg. Die anderen zürnten ihm nun bei jeder Gelegenheit und es gab immerfort Zank und Streit in den eigenen Mauern. In ihrem tollwütigen Eifer bemerkten sie gar nicht, wie der kluge Odysseus währenddessen durch die Straßen der Stadt schlich, als Bettler in dürftigen Lumpen verkleidet, sich aufmerksam umschaute und sich nichts entgehen ließ. Helena soll den König aus Ithaka trotz seiner Verkleidung erkannt haben, aber sie verriet ihn nicht. Vielleicht hoffte sie, die Griechen mit seiner Hilfe leichter beschwichtigen zu können, sollten sie Troja erstürmen. Odysseus stahl das Palladion aus dem Tempel der Athene, das bei der Gründung Trojas auf die Erde herabgefallen war. Er raubte es, weil durch eine Weissagung bekannt geworden war, dass Troja nicht eingenommen werden könne, solange sich die Statue der Athene innerhalb der Stadtmauern befinde. Trotzdem leistete Troja auch nach dem Raub noch erbitterten Widerstand. Die Troja waren sicher im Schutze der festen Mauern, die von den beiden Olympian Phöbos Apollon und Poseidon erbaut worden waren. Außerdem hatte Zeus verheißen, dass diese Mauern nur von den Herren der Stadt selbst, also von den Trojern geschleift werden könnten und wer sollte sie schon dazu bringen, ihre Mauern mit eigener Hand zu zerstören. Also fühlten sich die Troja in ihrer Festung unbesiegbar. Die Griechen aber überlegten angestrengt und suchten nach einer Lösung, die Verheißung des Zeus zu umgehen. Doch nur einem, dem listigen Odysseus kam ein Gedanke. Ach Herr, sagte Odysseus, hört meinen Vorschlag, lasst uns ein Pferd aus Holz zimmern, so groß, dass in seinem Inneren fünfzig gut bewaffnete Krieger Platz finden. Unser Heer soll darauf einen Rückzug vortäuschen. Wenn die Trojer sehen, wie wir abziehen, werden sie aus der Stadt herauskommen, das Pferd vorfinden und es in die Stadt ziehen wollen, da wir es zur Weihgaben der Göttin werden sie ihre Stadt Mauern selber durchbrechen, um das Pferd hineinziehen zu können. Etliche Helden fanden diesen Plan töricht und wenig kriegerisch, aber die beiden Atriden, Agamemnon und Menelaus, folgten dem Rat des Odysseus und befahlen, ein riesengroßes hölzernes Pferd zu bauen. Als das Ungetüm fertig war, kletterten die fünfzig tapfersten Kämpfer in seinen Bauch, darunter Neoptolemos und Philoctetes, der Locraeas und Odysseus. Danach gab Agamemnon den Befehl zum Aufbruch. Die Flotte stach in See und täuschte eine übereilte Heimfahrt vor. Sie segelte aber nur in die Nähe der Insel Tenedos, um dort ein verabredetes Zeichen abzuwarten. Als die Troer bemerkten, dass die Griechen abgezogen waren, eilten sie freudig an das Gestade, das noch die Spuren der vielen blutigen Schlachten trug. Sie konnten es kaum fassen, dass der lange schreckliche Krieg endlich vorbei sein sollte. Ungewohnt war ihnen die friedliche Stille. Das Lager war in der Nacht abgebrochen worden, kein einziges Zelt war zurückgeblieben, nur das hölzerne Pferd stand verlassen am Ufer. Die Troer starrten es verwundert an. Was sollten sie damit anfangen? Sie waren ratlos. Werfen wir es ins Meer, riefen einige. Nein, lasst es uns in die Stadt bringen, auf die Akropolis, zum Zeichen des Sieges, schlugen andere vor. Nur das nicht, warnte Dala Okon, der Priester des Apollon, traut den Achäern nicht, das Pferd birgt gewiss einen Betrug in sich. Mit diesen Worten ergriff er eine Lanze und stieß sie dem hölzernen Pferd in die Flanke. Dumpf dröhnte der hohle Bauch und leise klirrten innen die Waffen der eingeschlossenen Helden. Hört das Waffengeklirr, mahnte Laokon. Aber die Troer beachteten seine Worte nicht, denn Athene verblendete ihre Sinne. Da schleppten die trojanischen Soldaten auch noch einen Griechen herbei, den sie in einem nahegelegenen Schilfdickicht aufgestöbert hatten. Sein Gewand war völlig zerrissen und an seinem Körper konnte man zahlreiche blutige Striemen sehen. Priamos fragte ihn, weshalb er in der Troas zurückgeblieben sei und weshalb er sich versteckt habe. Da berichtete der Grieche, der Sinon hieß, dass seine Landsleute des Krieges überdrüssig geworden seien und die Heimfahrt beschlossen hätten. Agamemnon habe befohlen, vor Abfahrt der Flotte den Göttern einen Krieger zu opfern, damit die Fahrt von guten Winden begünstigt werde. Und die Wahl wäre auf ihn gefallen, weil er schon immer ein erbitterter Gegner des Odysseus gewesen sei. Er habe sich aber von den Stricken losmachen können und sich bis zur Abfahrt der Schiffe verborgen gehalten. Nun erzähle uns etwas über dieses Pferd, forderte ihn Priamos auf. Mit dem Pferd hat es eine besondere Bewandtnis, sagte Sinon. Der Raub des Palladions hat den heftigsten Zorn der Athene hervorgerufen. Um nun die Göttin so weit zu versöhnen, dass sie den Griechen nicht die Heimfahrt erschwere, wurde auf Anraten der Seher dieses Pferd gezimmert. Wer dieses Weihgeschenk besitzt, wird sich des Schutzes der Göttin erfreuen. Wenn ihr es in eure Stadt nehmt, so wird es euch sicher beschirmen. Das sind alles Lügen, rief Laukon. Bei den Göttern im Olymp schwöre ich, dass ich die volle Wahrheit sage, entgegnete Sinon darauf. Doch dieser Schwur war falsch, denn Sinon, der ergebenste Krieger aus dem Gefolge des itakischen Königs, war von Odysseus am Meeresufer zurückgelassen worden, damit er mit seinem Lügengespinst die Troa irreführe. Glaubt ihm nicht, rief Laokon erneut mit lauter Stimme, das Pferd wird unser Verderben. Kaum aber hatte er diese Worte gesprochen, da tauchten aus dem Meer zwei riesengroße Seeschlangen auf. Sie krochen gerade dort an Land, wo Laokon mit seinen beiden Söhnen ein Opfer für Apollon vorbereitete. Der Meeresgott Poseidon hatte sie auf Bitten Athenis ans Gestade Troas geschickt, um Laokon für seine mutigen Worte zu bestrafen. Die beiden Seeungeheuer wandten sich alsbald um die unschuldigen Söhne Laokons. Der Vater lief herbei, um seine Söhne zu retten, doch der Kampf war zu ungleich. Die beiden riesigen Schlangen erdrückten ihn und seine beiden Söhne ohne große Mühe. So musste Laokon mit seinen Söhnen sterben, weil er Troja über alles liebte und die Stadt vor dem Untergang retten wollte. Die Troer aber deuteten den Tod Laokons als ein Zeichen der Götter, das Pferd in die Stadt zu führen. Freudig erregt begannen sie die Mauer an einer Stelle niederzureißen, damit sie das Pferd in die Festung ziehen konnten, denn das Stadttor war zu schmal. Im Triumph führten sie und machten so einen Fehler nach dem anderen. Übermütig vor Freude verbrachten die Troer die halbe Nacht bei Schmaus und Gelage, Gesang und Tanz, bis sie alle berauscht waren und erschöpft in tiefen Schlaf versanken. Um Mitternacht, als die Troer zufrieden schliefen, verließ Odysseus mit den anderen Achäern das hölzerne Pferd. Sie liefen durch die Straßen der Stadt, setzten und wüteten mit ihren Schwertern unter den Bewohnern, die sich schlaftrunken wie sie waren, kaum zur Wehr setzten. Und dann kehrten auch die Schiffe zurück. Durch die Bresche in der Mauer drangen die Griechen von Agamemnon geführt mühelos in die Stadt ein. Das Ende Trojas war gekommen. Männer, Frauen und Kinder verbrannten bei lebendigem Leibe in den Flammen oder sie wurden mit den Waffen niedergemetzelt. Durch die Straßen der Stadt flossen Ströme von Blut, Rauch stieg über den Häusern steil wie eine Säule zum Himmel auf, Hera und Athene triumphierten und mit ihnen jubelten alle Götter, die auf der Seite der Griechen gestanden hatten. Eben wurde das ehrende Tor am Königspalaste von Troja erbrochen. Neoptolemos, Achilleus' Sohn, sprengte mit einer Axt die starken Verschlüsse. Die Griechen eilten durch die Räume und fanden den Greisen Priamos. Der König versuchte noch zu kämpfen, aber Neoptolemos packte ihn an den Haaren, zwang ihn in die Knie und stieß ihm das Schwert in die Brust. Astianax, Hektors Sohn, schleuderte er von einer Zinne eines Turmes hinab in die Tiefe und Dei Phobos, der Helena nach dem Tode des Paares zur Gemahlin genommen hatte, fiel von der Hand des Menelaos. Von den Einwohnern Trojas überlebten nur wenige diese entsetzliche Nacht. Sie flohen in die Berge. Alle Frauen, die den Siegern in die Hände fielen, wurden als Sklavenen fortgeschleppt. Alle Männer, ob die Seherin Kassandra, die sich im Tempel Athenis versteckt hatte, wurde dort von Ähas hervorgezerrt. Dabei warf er die Statue der Göttin um, an die sich Kassandra festgeklammert hatte. Die Statue zerbrach in tausend Stücke. Andromache, Hektors Witwe, war in die Gewalt des Neoptolemos geraten. Er zerrte sie aus dem Palast und nahm sie als seine Sklaven mit. Drei Tage und drei Nächte lang schleppten die Achäer alles, was sie in Troja an Schätzen fanden, aus der Stadt hinaus. Gold, Edelsteine, kostbare Gewänder, Statuen aus Marmor und vieles andere. Und sie beluden ihre Schiffe damit, bis sie unter der Last fast im Meere versanken, um nur ja mit möglichst reicher Beute nach Griechenland zurückzukehren. Neun Tage lang brannte Troja unentwegt. Der dichte schwarze Rauch war weithin zu sehen und verkündete den Nachbarvölkern, dass Troja gefallen war. Nur Schutt und Asche blieben zurück von der stolzen Festung Troja.